Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Ich stelle heute die aktualisierte MTE M-2 mit XP-GR5 LED und maximal 340 Lumen vor. Die MTE M-2 ist eine fokussierbare Taschenlampe, die mit einem 18650 Akku betrieben wird. Hier in der höchsten Stufe und mit aufgezogener Fokussierung und hier voll fokussiert. Die M-2 mit unterricht habe ich. Die Möge Kaffee und mit der Möge Kaffee kann etwas, für ein armaken sich aus der Möge Kaffee, und mit der Möge Kaffee immer mehr kann. Ich stehe das mit dem Möge Kaffee, um B 남 meinte Kaffee zu kommen. Hier in die Möge Kaffee, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier nochmal die einzelnen Modi im Vergleich. Der High-Mode Der niedrigste Modus Der hältste Modus Der mittlere Modus Und der High-Mode mit 340 vom Hersteller angegebenen Blumen Der niedrigste Modus Der High-Mode